Fresslapf macht Weihnachten zum richtigen Fest und erfüllt mit den Kunden Wünsche von Tieren in Not. Mit der Initiative Tierisch Engagiert von Fresslapf unterstützen wir die Arbeit von Tierschutzvereinen europaweit. So auch hier die Tiertafel Hamburg. Die Tiertafel Hamburg kümmert sich um bedürftige Tierhalter und Tierhalterinnen, die in finanzielle Not geraten sind und sich nicht mehr artgerecht um ihre Tiere kümmern können. Alle 14 Tage findet hier unsere Ausgabe statt. Da geben wir Sachspenden raus, Futterspenden raus und haben auch eine medizinische Grundversorgung. Und aktuell versorgen wir tatsächlich 1200 Tiere im Monat. Wir sind seit ca. 2018 dankbare Kunden der Tiertafel, sind froh, dass es die gibt, denn wir bekommen hier alles, was wir brauchen. Medikamente, Essen. Mein Hund brauchte eine Zahnbehandlung, nachdem er einen Zahn abgebrochen hatte. Ich finde das überhaupt toll, dass es überhaupt die Tiertafel gibt, gerade für solche Leute wie mich, die das nicht finanziell stemmen können. Ich bekomme hier von der Tiertafel Futter für meinen Hund, medizinische Versorgung, Körbchen oder Mittelchen und eben extra Futter für meinen Hund, da allergiger ist. Also ich bin jetzt schon seit über anderthalb Jahren bei Fressnapf und liebe diese Aktion tierisch engagiert, weil Tiere keine eigene Stimme haben. Und ich es wichtig finde, in der heutigen Zeit gerade Menschen zu unterstützen, die auf ihr Tier angewiesen sind, die die Liebe von den Tieren brauchen und sie deshalb nicht weggeben möchten. Also es ist wunderschön, die Arbeit hier bei der Tiertafel in Hamburg persönlich sehen zu können, das Ganze live zu erleben als Botschafterin für tierisch engagiert von Fressnapf, ist mir eine große Ehre. Also ich freue mich auf jede Spende, die reinkommt, damit viele Menschen ihren Haustieren einfach weiterhin bei sich behalten dürfen.